So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge im Metal Blob Solid. Wir haben hier heute die Auswahl zwischen diesen Eishöhlen und den Graslandschaften. In den Eishöhlen. Die Eishöhlen führen wieder zu einer unhalten Begräbnisstätte. Das Wasser ist zu kalt, um da hin zu schwimmen. Ähm, deswegen sollte ich das lassen. Und hier in diesen Graslandschaften soll ich so viele Kirschpflanzen sammeln, wie ich kann. Es gibt auch Spider Blobs. Ähm, ja. Ich denke, ich mache einfach mal die Graslandschaften. Ich möchte es auch ganz lange hier rumfackeln. Äh, fackeln gibt es bei anderen Spielen. Da könnt ihr euch sicherlich andere Vorspiele angucken. Ähm. Es tut mir schon wieder fruchtbar leid. Ich muss mich echt zusammenreißen. Keine Ahnung, was ich momentan habe. Irgendwie. Ist mein Hals ein bisschen malträtiert. So. Wir müssen 10 Mias retten. 10 Spinnenblobs besiegen. 20 Charipflanzen sammeln. 10 Hitkombus mit Maschinengewehr. Das sollte machbar sein. Und 100 Gegner besiegen. Das wird vielleicht weniger machbar sein. So, wir legen da einfach mal los. Bam, 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 bam. Und. Wir haben hier schon gleich wieder eine Pistole. Pistole. Und wir haben das. Ach. Ach, das war jetzt natürlich ganz bescheuert. Naja, egal. So. Wir haben gerade Granaten. Wir brauchen hier die rote Schlüsselkarte. Das heißt, das bringt uns hier nichts erst mal. So. Schnauze. Kann nicht sein hier. Nur ich darf euch umnieten. Bis das gleich mal klar ist. So. Ich hab eine Kirschpflanze. Ich hab hier ein Maschinengewehr. Das ist sehr schön. Ich hab hier... Ich bräuchte einen wirbernen Schlüssel, aber da oben komm ich nicht hin. Deswegen gehen wir einfach hier drüben weiter. Aber hier ist... Ah, doch. Hier ist ein Lift. Den nehmen wir doch einfach mal. Lift nehmen ist immer gut. Kirschen sind auch gut. Äh, was war denn das jetzt für ein Schwachsinn? Äh, was war denn das jetzt für ein Schwachsinn? Okay, die Hip-Combo hab ich. Ich hab sie jetzt hier drüber mal. Gut, gut, gut. Äh, ja. Na gut, dann gucken wir mal da weiter. Nein, doch nicht. Ja, fall doch runter. Hey, ein Mia. Sehr schön. So, wo sind wir denn hier? Hm. Komm ich natürlich nicht drüber. So, dann lauf ich mal unten lang. So, Schöp. Nein, eine Spread gun will ich gerade nicht. Ach, Fuge. So, also die Spinnendinger machen offensichtlich relativ wenig Spass. Komm, ein Stück hoch. So, was müssen wir von der Signbutivität zurückhaben. Okay, jetzt wohnen wir. Ah, da, 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 da! Da waren eigentlich noch mehr, aber... Und da... Hat das nicht sollen sein! Bumpidumpidum! Ist ja schön! Funktioniert er fast! Toll! So, wo geht's denn da unten? Hm, hm... Dann geht's dann da unten hin. Da unten, das sieht fast gut aus. Da blinkt doch noch mehr eher. Da blinken rote Kirschen. So. Nein. Schade. Ich weiß, ich darf diesen ganzen Spaß nochmal machen. Ah, kuschee. Oh. Oh. So. Oh. 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 So, gute Lämpfe. Äh, ja. Ich könnte mal wieder Kirschen gebrauchen, das ist so witzig, ich fange, ich fange, genau, ich fange, ich fange, ja, ich fange. Ich sammle Kirschpflanzen bis zum Abwinken, krieg dafür aber keine Gesundheit. Maschinengewehr gefällt mir schon mal. So, da hat irgendwas gefängt. Äh, das hat nichts mit dem Spiel zu tun, befürchte ich. Immer wieder völlig unprofessionellerweise. Und auch diverse Programme nebenher auf, die auch noch Geräusche von sich geben. Geht's da drüben weiter? Ja, da drüben geht's weiter. Allerdings nicht in einer Weise, wie ich da weitergehen möchte. So, dann krieg's eine Kirsche. Ah, jetzt noch eine gegeben, verdammt. Es wird nämlich höchste Zeit, dass ich mal wieder etwas mehr Gesundheit sammle. Aber hier ist keine Gesundheit. Nein, nein, nein. Ja, hier ist Gesundheit. Ich hab' einen Lasergun dafür mitgenommen. Aber dafür... Dafür Gesundheit. Ja, ja, ja. Zufolge natürlich, dass ich jetzt hier nicht mal mehr, ähm, Gegner besiegen kann. Die rote Schlüsselkarte, ich hab' eine grüne, ne? Nein, ich hab' ganz viele Schlüssel, aber... Gesundheit war da keine dabei, schade. Was gibt's denn da drüben eigentlich? Ah, da drüben. Doch, 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 doch. Hab' ich einen? Ja, hab' ich. Ich hätte eigentlich abwarten können, um zu gucken, ob ich diesen... noch irgendwo brauch. auch ein bisschen Silberlschlüssel. Aber ich wollte jetzt hier einfach nicht mehr... nicht mehr abwarten. sooo, hier gibt's... keine. Da gibt's noch Pflanzen. Ich glaub' ich bin nämlich das letzte Mal nach rechts... äh, links. Das heißt, hier wird noch nach rechts gehen. Gesundheit gibt's hier keine. Okay. Okay. Sehr schön. So selten dämlich muss ich sicher sein. So selten dämlich muss ich sicher sein. Grüne Schlüsselkappe. Damit ich zu der Pflanze da oben komme. Wer knallt denn da ein? Der Pflanze. 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 Man könnte ja fast meinen. ganz gut ankommen. So. Ähm. Wir haben jetzt hier eine weitere Pflanze gesammelt. Und einen weiteren Meer gerettet. Und. Ähm. Das ist dann eigentlich fast ein guter Grund, um zu sagen. Soweit für dieses Mal. Ähm. Wir haben nämlich jetzt schon wieder 15 Minuten vor. Wir sehen uns das nächste Mal und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Tag, was auch noch.